Hallo, herzlich willkommen. In dieser Lektion schauen wir uns den Satz von Minimum und Maximum an. Wird bei manchen auch bezeichnet als Satz von Weierstrass, aber da gibt es noch andere Sätze von Weierstrass, deswegen eindeutige Bezeichnung Satz von Minimum und Maximum. Das ist folgende Aussage. Sei die Funktion f auf dem abgeschlossenen reellen Intervall ab definiert und stetig, dann ist f beschränkt und nimmt ein Maximum und Minimum an. Zunächst ein Blick auf die Skizze. Wir haben hier unser Intervall ab, abgeschlossenes Intervall ab, und wir haben hier unsere Funktion f und die nimmt also wie versprochen im Satz ein Minimum an. Das ist hier eingezeichnet. Das ist dieser Punkt x-Schlange und natürlich könnte man auch noch das Maximum einzeichnen. Das habe ich mir jetzt mal gespart, der Übersichtlichkeit halber. Kommen wir zum Beweis. Zunächst mal wissen wir, dass die Bildmenge nicht leer ist, also f von a, b ist nicht leer. Es ist ja zum Beispiel das Bild von a drin. So und da die nicht leer ist, wissen wir, es existiert eine Folge von Funktionswerten, also f, x, n, wo n aus den natürlichen Zahlen ist, mit Limes, n gegen und endlich. Von dieser Folge ist gleich dem Infimum von f auf a, b. Also es existiert eine Folge von Funktionswerten, die gegen das Infimum dieser Bildmenge konvergiert. Das ist einfach so, weil das eine nicht leere Menge von reellen Zahlen ist, dieses Bild. Und wenn wir jetzt diesen Funktionswerten f, x, n zugehörige Folge in dem Intervall a, b angucken, also das sind praktisch die Werte, die mit f auf f, x, n abgebildet werden, dann haben wir eine Folge in dem abgeschlossenen Intervall a, b. Also mit anderen Worten eine beschränkte Folge. Und dann können wir mit dem Satz von Bolzano-Weierstrass sagen, habe ich hier mit bw abgekürzt, dass die eine konvergente Teilfolge hat. Also diese Folge x, n hat eine konvergente Teilfolge, die nennen wir x, n, k. Und den Grenzwert dieser Folge, der dann ja also existiert, weil die Folge konvergent ist. Die nennen wir x-Schlange. Und der liegt in dem Intervall a, b drin. Darauf kommt es jetzt gleich an. Das ist ein abgeschlossenes Intervall, deswegen liegt der hier drin. Und jetzt können wir nämlich die Stetigkeit von f ausnutzen. Also wir können ja sagen, f an dieser Stelle x-Schlange. Das ist zunächst mal nach Definition f von diesem Limes, k gegen unendlich, x, n, k. So, und jetzt kommt also die Stetigkeit ins Spiel. Wegen der Stetigkeit ist das dasselbe wie Limes, k gegen unendlich, f von x, n, k. Ja, aber das ist ja gerade, wenn wir hier oben noch mal gucken, das ist ja gerade das Infimum vom Bild von a, b. Und wenn wir jetzt diese beiden Seiten vergleichen, links und rechts, sehen wir, dieser Wert x-Schlange liegt in dem Intervall a, b drin. Ist also ein Argument unserer Funktion f. Und bei diesem Argument x-Schlange nimmt f also das Infimum an, wie wir jetzt hier gerade gesehen haben. Und damit ist das Infimum also ein Minimum. Und wir haben jetzt also gezeigt, diese Funktion nimmt auf dem Intervall a, b ein Minimum an, ist nach unten beschränkt. Und genauso könnten wir jetzt zeigen, da würden wir einfach hier die Worte Infimum und hier auch noch mal Infimum durch Supremum ersetzen. Und ansonsten hätten wir genau das gleiche Argument. Also genauso könnten wir zeigen, dass die Funktion ihr Supremum annimmt, das also dann ein Maximum ist. Und damit hätten wir dann auch die Beschränktheit nach oben gezeigt. Und damit sind wir fertig mit dem Beweis des Satzes. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vergesst nicht, dem Video einen Like zu geben. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.